Wie heisst ihr? Reyhanna, Avili, Lorena. Hallo zusammen, ich bin Ramon. Und ich bin Sandro. Und an der Kamera ist nicht Bruno, sondern Dominik. Wir sind heute hier in Bux und fragen die Leute, die hier wohnen, über Bux selber aus. Aber auch wie es wohnen. Also viel Spass! Was denkt ihr, was kostet so ein normales Einfamilienhaus? So um die 10'000 vielleicht. Okay, und du? 40'000, wenn man es kauft, glaube ich. Ein Einfamilienhaus? Ach so. Nein, ich weiss nicht, ich bin sicher so 20'000. 20'000? Ja. Du schaust etwas kritisch. Ja, kaufen. Nicht mieten? 500'000. 500'000. Ja, es geht so schnell gegen eine Million. Also wenn man etwas kauft. 10'000 ist irgendwie ein Baumhaus. Ich würde sagen, das wäre das Walsamilienhaus. Ach so, was ich ja.